Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich habe ein kleines Päuschen gemacht, um mich wirklich von der Insel hier abzureagieren und warum ruckelt es wieder so viel? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Denn das war schon ein bisschen heftig, finde ich. Hier aber, wir haben ja auch noch irgendwas anderes gefunden, was wir bauen können. Ich glaube, hier war das. So, wo waren das, glaube ich, oder? Müsste das nicht hier sein? Wir hatten doch so einen Bauplan, den hier gab. Biokraftstoff Raffinerie. Wo finden wir das? Hier vielleicht. Biokraftstoff Raffinerie. Ah, ok. Da brauchen wir schon ordentlich was. So, aber die Fässer müssen wir auch noch irgendwie kriegen. So. Damit wir auch mal ein bisschen was an Ressourcen kriegen. Wir werden... Alter, warum ruckelt es noch mal wenig auf die Insel gucke? Wir werden zu der Insel noch auf jeden Fall zurückkommen. Kiste. Die brauchen wir. Ja, nice. Das nehmen wir auch noch mit. Wir kehren hier noch mal zurück. Auf das große Indianer-Ehrenwort. So, aber wir packen jetzt erstmal die Seile wieder hier rein. So, können wir Seile herstellen? Ja. Wir machen daraus erstmal sehr viele Seile, damit wir wieder Pullen mit Seilen sind. Dann können wir vielleicht hier auch erstmal unser Schiff weiter ausbauen. Aber die Ruckla kommt tatsächlich wegen... ...wegen der Insel, meine ich. So, wir haben auch wieder... ...viele Planken. Können wir hier auch erstmal weiter ausbauen. Wir bauen erstmal weiter aus. So, warte mal. Biokraftstoff-Raffinerie. Was bräuchten wir dafür noch mal? Vier Seile, zehn Planken, zwölf Plastik. Haben wir hier Plastik genug? Wir haben hier kein Plastik. Okay. Nicht genug Plastik. Achso, wir können auch erstmal vielleicht die beiden auch noch grillen. Wir gehen noch nicht runter. Wir gehen erstmal hier das Fass holen. So. Ich finde die Ruckla gerade sehr, sehr krass, wegen der Insel. Das muss an der Insel liegen, definitiv. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Und wir haben dann noch ein Fass übersehen. Toll. Sehr, sehr toll. Naja, egal. So. Packen wir das auch schon mal hier rein. Dann haben wir schon mal sechs. Und die drei Fässer, die wollen wir definitiv kriegen. Vier Fässer, da ist noch einer. Dazu gespawnt. Verpasst haben wir hoffentlich nichts. So. Ich hoffe, den erwischen wir. Nein. So, komm. Nice. Und ein Kunststoff ist dabei. Und hier. So. Ah, gut planten dabei. Auf jeden Fall. Sind wir schon wieder bei sechs. So. So. Den müssten wir jetzt kriegen. Hoffentlich. Ja. Geil. Komm, die Plastik nehmen wir unten. So. Nehmen wir doch mit. So. So. Was haben wir? Ach, Plastik haben wir bisher. So. Wir machen noch mal ein bisschen Seil draus. Packen das hier rein. So. Dann noch mal unten gucken, was wir eingesammelt haben. So. Das müsste jetzt auch langsam an Holz reichen. Ah, das reicht. So. Jetzt haben wir das Ding. Wir wollten das ja hier haben. Okay. Das ist nicht das, was ich gedacht hätte, dass es sein würde. Dann packen wir das erst einmal hier hin. Rohe Kartoffeln platzieren. Hier benötigt Honig. Wir müssen auf die Insel zurück. Ah, ist das gerade bitter. Okay, die Insel ist zwar noch in der Nähe, aber wir gehen heute noch nicht zurück. Wir brauchen noch bestimmte andere Sachen. Zum Beispiel Wolle. Wir müssen schauen, wie wir Wolle kriegen. Hier, warte, wo waren das? Irgendwo hier. Muss auch gewesen sein. So. Da haben wir Wolle. Und ich habe da so einen Verdacht, wo wir das herkriegen könnten. Weil wir können ja hier so eine Waffe bauen. Den hier. Mit Netzwerfer. Und dann noch dazu das hier. Ah, dafür brauchen wir Steine. Okay. Und ich habe den Verdacht, dass wir das vielleicht durch diese Lamas kriegen. Dass wir vielleicht erstmal auf eine andere Insel gehen. Und uns Lamas organisieren. Die wir hier dann irgendwie irgendwo stationieren werden. Und die Frage ist dann aber, wo wir die wahrscheinlich rumlaufen lassen würden. Ich glaube wahrscheinlich eher dann hier oben auf dem Deck. Wenn wir hier dann irgendwie hinkriegen, dass wir hier Erde platzieren können oder so. Dass die auch dann gefüttert werden können. Das heißt dann aber, dass wir zuerst dann hier alles ausbauen müssen. Da kommen jetzt mal ein paar Fässer. Die müssen wir mal mitnehmen. So. Und jetzt. Komm. Ja, nice. Ich hoffe ich fall jetzt nicht vom Boot. Vom Schiff. Nice. Und nochmal zwei Seile. So. Schrott. Falsche Kiste. Schrott können wir hier auch erstmal lagern. Wir haben wieder so viel Schrott. Und wir haben auch echt viel Leder gerade. Wir brauchen aber noch ein bisschen Plastik. Vielleicht ist unten wieder welches. Und dann würde ich tatsächlich riskieren vielleicht einen Lama hier zu stationieren. Da ist mir dann egal wie gut es dem geht. Wir haben ja auch eine Schere. Wir haben irgendwo eine Schere. Da können wir das eventuell schnippeln. Dann haben wir Wolle. So. Wie viel Holz haben wir? Zehn. Zehn. Zehn Holz. Da unten seht ihr das. Wieso habe ich das so scheiße sortiert gerade hier. So. Den erstmal hier. Ne. Den hier hin. So. Dann können wir hier erstmal. Ah. Okay. Wir sind wahrscheinlich außer Reichweite. Deswegen wieder so ein riesen Lag. So. Was haben wir wieder unten abbekommen? Ich hoffe Plastik. Okay. Kein Plastik. Schade eigentlich. Fässer haben wir auch nicht verpasst. Aber vielleicht machen wir einen kleinen Zwischenstopp auf der Insel da. Weil da kriegen wir auch wieder ein paar Planken. Ich gehe von aus, dass wir da auch jedenfalls ein paar Planken kriegen. So. Dann können wir jetzt eben unten nochmal Anker werfen und dann da rüber gehen. So. Hier. Ja, das müsste reichen. Wo ist Boris? Was? Da kommt er schon. Da kommt er angeschlissen. Nein. Das war zu spät. Das war von meiner Seite zu spät jetzt. So. Ananas. Können wir jetzt eben kurz Ananas gönnen. Hier noch eine. Nein? So. Äh. Ich glaube von hier kommen wir am besten da auf die andere Seite. Und nochmal ein paar Wasserblumen. Das war es nur zwei Bäume? Drei. Wollte schon sagen. Ein bisschen mehr habe ich mir auch schon erhofft. So. Dann kann ich die Samen ruhig hier lassen. Also das gelbe Blume. Okay. Und zurück aufs Schiff. Wo ist Boris? Ich habe keine Ahnung wo Boris gerade ist. Ah. Warte. Warte. Anker. Wieder. Warte. Wieder hochnehmen. Wieder lichten. Wieso heißt das eigentlich lichten? Anker lichten? Hallo. Ich drücke doch R. Muss ich das immer so langsam machen. Wie? So. Wir werden aber auf jeden Fall zu der Insel zurückkommen. Definitiv. So. Ich brauche jetzt nochmal aber immer noch Plastik. Wie kommt es, dass wir jetzt kein Plastik mehr kriegen? Planken haben wir 20 Stück, aber Plastik nur ein. Jetzt brauchen wir das. So. Wir müssen aber auch schauen, dass wir hier vielleicht so, äh, hier Wiese. Dafür brauchen wir Schmutz und auch wieder Plastik. So. Das auch noch weg. Müssen wir schauen, wie wir das mit dem, mit der Wiese machen. So. So. Wir müssen auch irgendwo herwasserplieben. So. 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 da hier irgendwie auch noch sowas machen. Falls es irgendwie sowas gibt, dass man einen Wasseraufbereiter hat, das direkt elektronisch aus dem Meer Wasser zieht und das filtert. Oh, wir haben wieder... Wo haben wir die jetzt auf einmal her? So, nochmal runter. Trinkt uns da wieder was. Einen. Wow. Hat sich voll gelohnt, gerade runter zu gehen. Und wieder hoch. So, den passen, den holen wir uns. So. Nice. Kommt, den nehmen wir auch nur mit. Und wieder einen schönen Palmenblatt. Wow. Und jetzt haben wir wieder acht. Nice. Wir machen erstmal hier oben fertig, damit wir hier Wiese haben können. So, jetzt haben wir wieder Hunger und Durst. So, und dann können wir jetzt das da auch noch einsammeln. Ich glaube, das reicht. Nein. So, ein bisschen noch. Komm. Komm. Komm zu Papa. Nice. Hä, wieso kriege ich kein Plastik mehr? Jetzt ehrlich. Jetzt, wo ich es brauche... Ah, da... Einen haben wir jetzt gekriegt. Ich wollte schon sagen. Jetzt, wo ich es brauche, kriege ich keinen mehr. Ich hasse mein Leben. Ich hasse mein Leben. Ich... So, ich hoffe, unten ist wieder was angekommen an Plastik. Bitte. Ich sage sogar bitte. Einer, ja. Und? Ich hasse gerade wirklich mein Leben. Aber wenigstens wieder noch ein paar Planken. Vielleicht schaffen wir das sogar noch hier fertig zu kriegen. Diese Folge wahrscheinlich nicht. Aber diese Aufnahmesession... Ja, ich habe noch vor, so ein, zwei Stündchen vielleicht noch aufzunehmen. Mal schauen. So, ich hoffe, dass wir den da gleich erwischen. So. Komm. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm. Komm. Oh, nein. Nehme sogar das Falsche. So, jetzt haben wir ihn. Ja, wir haben wieder viel Plastik. Nice. Komm. Diesen Fass können wir warten. So, dann können wir jetzt... Hier, wo war denn das? War das hier? Hier war das, äh? So, dann haben wir den jetzt. Explosives Pulver. Wo kriege ich explosives Pulver her? Na jetzt ernsthaft, wo kriege ich explosives Pulver her? Hatte ich den schon gehabt? Wahrscheinlich diese Bobbelfische. Diese Kugelfische hier, diese giftigen Dinger da. Ich gehe von aus, dass es wahrscheinlich über die geht. So, hier müssen wir aber auch wieder mittlerweile ein bisschen was haben. Jetzt kriegen wir Plastik. Ernsthaft? So, das packen wir aber mal hier hin. Ne, warte, wir tauschen das mal noch ein bisschen um. So. Und da kommen jetzt wieder einige Anfässern an. So. Ich glaube, das ist zu weit nach rechts gebrochen. Warum? Noch ein bisschen? Das ist keine Großhinsel, äh? Das ist eine kleine. Dann lassen wir die mal. Wir wollen schon eine finden, wo Bobbelfische sind. Wieso nenne ich die jetzt eigentlich Bobbelfische? Also, keine Ahnung. Aber irgendwie, keine Ahnung, es passt dazu, finde ich. Toll. Explosives Pulver. Die Munition dafür, ne? Okay, aber wir bleiben erst einmal beim Ausbau für hier oben. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, wichtiger. Und ich kann auch mal schauen, was wir vielleicht noch so bauen können. Wir haben hier ja jede Menge Möbel. Das ist eher egal, abgesehen vielleicht von den Laternen. Laterne. Ich würde hier dann wahrscheinlich eher die Metalllaterne nehmen. Hier Feuerkorb. Amin. Hier gibt es aber auch echt viele Möbel. So, hier haben wir noch nichts Neues. Hier nur noch Honigglas. Nasser Ziegel. Hier haben wir noch keine neuen Waffen. Na, hier waren die Waffen. Hier haben wir noch keine neuen Werkzeuge. Außer den Insekten-Netz. Und da, für das eine Ding, brauchen wir 15 Planken. Wollen die mich jetzt ernsthaft verachten? Alter, zwei Kisten. So, die Kiste holen wir uns auch noch. So, komm. Das ist jetzt ein bisschen zu nah, sagen wir so. So, jetzt haben wir sie. Und, dort passen. Ja, wie das jetzt mittlerweile läuft. Jetzt kriegen wir auf einmal wieder so viel geilen Stuff. So. So. Ein bisschen mal wieder was einlagern. Wie die Seile. Ähm, Palmblätter. Warum haben wir so viele Palmblätter wieder? Stimmt, wir können jetzt eben ganz kurz mal Seile... Insekten-Netz. Haben wir jetzt. Aber wir... Ich lasse das erstmal... Naja, komm. Lass mal da. So. Einer noch. Dann haben wir Seile auch wieder voll. Und den Rest können wir wieder wegschmeißen oder so. Hier haben wir aber kein Holz mehr. Oh. Der wird jetzt einfach durchgeschwommen. Jetzt haben wir... Jetzt können wir jetzt gleich wieder zwei bauen. Nice. Aber wo gab es nochmal explosives Pulver? Also wo gab es nochmal diese... Diese... Bobbelfische hier. Ich glaube, wir nennen... Wir bleiben bei dem Namen Bobbelfisch. So. Und den da hinten noch. Komm, ein bisschen noch. Noch ein bisschen. So. Ah, komm. Ja, nice. Dahin kommen auch wieder zwei. Aber wir haben immer noch nicht genug Holz. Und wir haben einen Pass durchlaufen lassen. Nein. Schande über mich. Mal gucken, was wir hier jetzt wieder haben. Okay. Mehr nicht. Keine Plankengarten drinne gehabt. Ist jetzt auch nicht so toll gewesen. So. Kommen wir an die Run. Ich hoffe. Ja. Könnte vielleicht sogar... Ja. Der andere auch noch. Komm. Ein bisschen. Nice. Zweifass auf ein Plan. Und wir haben wieder... Wir haben 13 Steine. Was können... Wo können wir nochmal... Pfeile draus machen? Nein, Plastik fehlt jetzt. Aber wir machen... Pfeile auch erst mal voll. Und dann müssen wir zusehen, dass wir eine Waffenkiste bauen. So. Erstmal wieder was trinken. Und was essen. Dann brauchen wir nochmal Wasser. So. Haben wir hier wieder was? Ein bisschen. Immerhin. Oh, wir können wieder Pfeile machen. Und die schnappen uns mal eben ganz schnell. Die beiden. Nur so als Info, das hier wird noch zugemacht werden. Das wird nicht dauerhaft offen bleiben. So. Noch ein bisschen. Wir entschwellen, dass ich daneben werfen kann. So. Planken fehlen mir jetzt noch jede Menge. Obwohl. Vielleicht jetzt nicht mehr. Nein. Eine fehlt noch. Aber wir können doch wieder jetzt... Nee, wir haben kein Plastik. Toll. Wir brauchen wieder eine große Insel, wo wir... Holz hacken können. Damit wir zumindest wieder ein bisschen mehr Watt haben. Hier. Und dann müssen wir schauen, wo wir die Bobbelfische herholen. Wieso? Komm. Ah. Den kriegen wir so nicht. Nein. Den müssen wir wahrscheinlich eher so uns holen. Obwohl, der kommt schon doch ein bisschen näher. Ja, geil. Gleich elf Stück. Und wie? Haben wir genug Planken? Äh, Plastik meine ich? Nein. Toll. Wieso falle ich immer wieder runter. Weil es natürlich nicht zugebaut ist. Ich finde, die Wellen sind aber irgendwie so... Die Orientierung, wie man wirft, äh... Sehr, sehr, sehr beschissen finde ich noch. Komm, wir bauen dann erstmal hier weiter zu. Und Munition kommen wir eh noch genug. Früher oder später. Nochmal zwei. Ja, da kann ich auch mal sagen, dass ich das, was ich jetzt am Überschuss habe, erstmal wegschmeiße. So. Halmblätter brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir gerade nicht. Die brauchen wir gerade nicht. Das brauchen wir nicht. Rohe Kartoffeln. Die werden wir erst einmal noch kochen. So. Oh, die sind fertig. Nice. Dann machen wir das so. Dann nochmal hoch. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, ich bin's, euer Max Deus. Vielen Dank.